Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil meines Fallout 4 Contraption Let's Plays. Wir sind gerade dabei das große Museum des Wastelands, des Commonwealth, der gesamten Fallout Welt hier zu bauen. Und ich habe jetzt noch ein bisschen sortiert. Ich habe jetzt Nahrungsmittel, also Hilfsmittel und Schrott auch aussortiert und zu den einzelnen Fraktionen zusortiert. Aber was wir jetzt noch machen könnten, ist den Einzelnen die Fraktion nochmal, Fraktion für Fraktion durchgehen und schauen, ob es Waffen gibt, die denen ganz klar zuzuschreiben sind. Und dann suchen wir uns die raus und packen die noch in die Kisten und dann sind wir eigentlich mit dem Sortieren fertig. Ich dachte mir, da mache ich jetzt noch eine Folge, damit auch nicht zu viel Zeit einfach vergeht, dass ich nicht zu viel spiele, ohne dass ich da aufnehme. Das will ich irgendwie auch nicht. Und vielleicht ist das mit den Waffen ganz interessant. Vor allem dürft ihr mir natürlich gerne schreiben, wenn ich was vergessen habe, wenn ich wichtige Waffen von einer Fraktion nicht zugeordnet habe. Schreibt mir das doch bitte in die Kommentare, damit unser Projekt hier das absolut beste überhaupt wird. Ich habe auch schon ein neues Konzept, wie ich die Sachen anordne. Ich bleibe jetzt hier auf diesem Stockwerk erstmal dieser Raumaufteilung, wie wir sie hier haben, treu. Auch wenn die mir nicht so gut gefällt eigentlich. Aber es ist schon okay. Und im oberen Stockwerk will ich das dann ein bisschen anders gestalten. Das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Aber ich glaube, hier unten bleiben wir mal bei dem System, dass wir hier so die größeren Städte oder Fraktionen abbilden. Ich habe mir auch schon überlegt, ob wir vielleicht irgendwie Good Neighbor repräsentieren könnten. Aber abgesehen von so Streifennadelanzügen und Hüten und ein paar Tommy Guns und sowas, schwierig, oder? Ich weiß jetzt auch nichts. Außer so dieses Gangster, diese 40er, 50er Jahre Gangster-Atmosphäre hat Good Neighbor nichts, was jetzt so wie Baseball Diamond City repräsentiert. Hat Good Neighbor nicht wirklich irgendwas, was Good Neighbor jetzt repräsentieren würde, eben außer diese. Aber machen, also, das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Naja. Aber das kann man sich ja noch überlegen. Ähm, jetzt würde ich eben erstmal wegen den Waffen schauen. Als erstes haben wir das Institut, ganz klar. Da müssen wir zu den Lasern. Und dann suchen wir uns mal eine Handvoll Institutwaffen raus. Das muss jetzt nichts Besonderes sein, weil wahrscheinlich gibt es ja eh nochmal einen Extra-Waffenraum. Nur damit so ein bisschen das Repertoire vom Institut repräsentiert wird. Nehmen wir hier auch nochmal eine Pistole. Vielleicht nochmal, schon nochmal. Oh, ne. So viel haben wir gar nicht von den Institutwaffen. Gut, dann nehme ich vielleicht noch die, weil... Äh, Moment, wollte ich die da, weil die sieht ein bisschen anders aus. Sie hat vorne eine andere Krümmung und drei Waffen, damit man die irgendwo in den Kasten liegt, reicht. Ich glaube, andere Waffen als diese Institut Rifle und Pistol gibt es jetzt, glaube ich, eh nicht wirklich, oder? Die haben sonst nichts Besonderes. Benutzen die irgendwelche specialigen Nahkampfwaffen? Ich wüsste jetzt nicht. Nicht. Hm. Gut, Brotherhood of Steel. Ja, der könnte man sowas wie Gettlings und Fatmans eigentlich schon zuordnen, oder? So diese schweren Waffen, die benutzen eigentlich nur die. Naja, Raider benutzen auch Fatman. Gerade, also zumindest gerade in den älteren Teilen, Teil 1 und 2, ist es, glaube ich, schon sehr stark so, dass schwere Waffen eigentlich hauptsächlich von der Brotherhood of Steel benutzt werden. Und von der Enklave dann im Zweiten natürlich, aber ich würde jetzt trotzdem... Ich bin doof. Gehen wir mal hier rein und ich lege mal in die Kiste einen Raketenwerfer. Einen, eine Gatling. Ja, Laser Gatling. Laser Gatling muss fast sein, oder? Ich nehme halt noch einen Fatman. Klammwerfer nicht. Aber die... Die Gatling. Raketenwerfer haben wir schon. Fatman haben wir. Und eine Minigun nehmen wir noch. Gut, aber die Brotherhood benutzt natürlich auch Laser. Das dürfen wir, finde ich, nicht vergessen. Auch normale Lasergewehre sind ja schon weit verbreitet in der Brotherhood. Insofern würde ich sagen, suchen wir uns noch wirklich so ein Lasergewehr. Nehmen wir mal zwei Stück. Eins auf Deutsch und eins auf Englisch. Ein Lasergewehr und ein Laser Rifle. Perfekt. Okay, jetzt schauen wir mal. Raketenwerfer, Fatman, Laser Gatling, zwei Lasergewehre und eine Minigun. Ich glaube, das repräsentiert das Arsenal der Brotherhood of Steel ganz gut. Ich meine, die waren auch fett. Im Endeffekt können wir die gleichen Waffen ja auch beim Vorkriegsmilitär ausstellen, denke ich. Aber das weiß ich noch gar nicht genau. Okay, die Railroad. Da fällt mir natürlich sofort zum einen das Railroad-Gleisgewehr ein. Hier, nehmen wir mit. Gleisgewehr ganz wichtig. Aber, ich finde auch... Lass mich mal überlegen. Das dürfte unter Rifled sein. Hier müsste nämlich... Irgendwo Tinkertoms Spezial sein. Hier haben wir es. Tinkertoms Spezial. Genau. Ich würde zwar jetzt Scharfschützengewehr und sowas natürlich nicht unbedingt der Railroad zuschreiben. Aber das ist ganz klar. Tinkertoms Spezial hat sogar Tinkertom im Namen. Deswegen kriegt die auf jeden Fall auch die Railroad, weil die sonst nichts haben. Außer das Gleisgewehr und das da. Oder? Ja, bei Tinkertom kann ich auch die Kanonenkugeln kaufen. Aber... Oh, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Habt ihr mal diese unglaublich coole Quest mit dem Piratenschiff mit Düsenantrieb gesehen, das von Robotern bewohnt wird, die alle in so Piratendialekt reden? Wenn man... Ja, das kann man leider nicht ordentlich abbilden. Aber wenn man Roboter ausstellen könnte, ordentlich, und denen vielleicht sogar was anziehen oder so, naja, hilft ja nichts. Aber das ist auch eine sehr coole Fraktion, die ich eigentlich gern hätte. Aber das lässt sich, glaube ich, nicht wirklich machen. So, Railroad fertig. Machen wir mal hier weiter. Hier haben wir die Minuteman. Da brauchen wir selbstverständlich und eigentlich nur ein, zwei Lasermusketen, würde ich sagen. Genau, nehmen wir die beiden. Und die kriegen dann noch eine Artillerie reingestellt, weil die Burg mit der Artillerie ist ja schon eine Minuteman-Spezialität. Okay, Fahrhaber, ganz klar. Da brauchen wir zum einen bei den Rifles so eins von diesen neuen Gewehren. Ich weiß immer nicht, wie die heißen. Ah, hier, das ist so eins. Der Verlässliche. Nehme ich mal mit. Gut, ich schaue mal noch weiter durch. Ähm, haben wir sonst gar keins von denen. Ich meine, ist ja auch nicht schlimm, weil zur Not können wir, die sind weit verbreitet. Die kann man, glaube ich, bei jedem Händler in Fahrhaber kaufen. Wundert mich aber doch, dass wir kein anderes haben. Wahrscheinlich habe ich schon an zwei weiter oder zwei, drei durchgeschaltet und habe es gar nicht erkannt. Moment, warum ist hier ein Revolver bei den Rifles? Das finde ich nicht gut. Wie kommen denn die hier rein? Halt, hier haben wir Unterhebelgewehr. Gar nicht schlecht. Ich habe die immer Unterlader genannt und wusste nicht genau, wie sie heißen. Unter, Unterhebel ist ja nah dran. So, die Unterhebelgewehre sind definitiv Fahrhabermaterial. Ähm, die Pistolen packe ich kurz hier rein. Aber natürlich auch die Harpoon Cannon, oder wie sie heißt. Das letzte, das, ja, das letzte Gefecht des Captains natürlich ist ganz Freunde des Admirals oder Freund des Admirals. Aber im Grunde ist es egal, weil man sieht die ja eh nur. Also ich stelle die, man kann die schon, ja stimmt schon, man kann die schon anschauen. Ich nehme mal zwei von denen mit. Und eben, das ist jetzt die Sache. Eigentlich gehört dieser Breitseiter hier, diese Kanone, gehört ganz klar zu diesen Robotern auf diesem fliegenden Raketenschiff. Aber die kriegen keine eigene Fraktion. Und thematisch wird das ja auch irgendwie zu Fahrhaber passen, oder? Mit, mit Meer und, und Hafen und Piraten. Also, es sind keine Piraten, aber das passt so ein bisschen in das Bild. Deswegen würde ich jetzt einfach den Breitseiter mal, äh, Fahrhaber zuordnen. Und die kriegen den ausgestellt. Wehe, irgendwelche Sachen verschwinden in dem Museum und ich verliere den Breitseiter für immer und ewig. Das wäre tragisch. Ich vertraue, ich vertraue Bethesda hier. Also bitte, mach keinen Scheiß mit meinen tollen Waffen. Also, Harpoon Cannon, Unterlader. Gab es sonst noch neue Waffen mit dem, mit dem Fahrhaber DLC? Weiß ich jetzt nicht. Wenn ihr, wenn ihr noch eine wisst, bitte unbedingt in die Kommentare, sonst vergessen wir das. Das muss in den Kommentaren verewigt werden, denn sonst ist es zu spät. So, Kinder des Atoms, da fallen mir gleich eine Handvoll Waffen ein, die wahrscheinlich hauptsächlich hier unter Plasma und Energie sind. Zum einen haben wir hier ganz klar Gamma Rays, äh, äh, Gamma, Gans. Die würde ich ganz klar zuordnen. Vielleicht nehme ich noch eine zweite. Und natürlich auch die, genau, radikale Bekehrung. Wie heißen die wirklich? Sonst habe ich ja vorher auch benutzt. Äh, äh, Radiumgewehr. Genau. Radiumgewehr würde ich denen noch ganz klar zuordnen. Aber sonst haben die, glaube ich, auch nichts, oder? Gamma Gans Radiumgewehr. Mehr weiß ich jetzt nicht. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Ja, bleiben wir mal dabei. Vielleicht fällt uns ja doch noch was ein. Und dann kriegen die noch was dazu. Aber bis, bis dahin mal die beiden. So, äh, die Supermutanten. Ja, da kann man, ich meine, die benutzen normale Gewehre und sowas. Die benutzen, was sie so looten eigentlich. Aber es gibt, glaube ich, ein paar Nahkampfwaffen, die man denen schon relativ gut zuschreiben kann. Ähm, dafür, ah, natürlich, der Adalasser ist noch wichtig für Fahrhaber. Ja, stimmt. Also so, Haken. Her damit, rein damit. Wunderbar. So. Ähm. Jetzt schauen wir mal. Genau. Ah, Atomsurteil. Her damit. Der kommt natürlich zu den Kindern. Ich wollte nämlich eigentlich auch, weil es mir gerade eingefallen ist, genau diese Hämmer. Ich such schnell mal einen. Weil die würde ich auch der Brotherhood of Steel zuordnen. Ich glaube, in dem Teil kämpfen die tatsächlich eigentlich hauptsächlich nicht damit. Eher Supermutanten, oder? Aber früher waren diese Super-Sledgehammer, glaube ich, schon eher der Bruderschaft zuzuordnen, auf jeden Fall. Okay, ich lasse es mal. Ist so eine Grauzone, das weiß ich jetzt nicht. Genauso wie Powerfists. Powerfists waren ganz klar Supermutanten-Material. Äh, nicht Supermutanten. Brotherhood-Material. Das war so diese ganze alte Kriegstechnologie, die die halt quasi im Grunde erhalten, konservieren und benutzt haben. Und die waren auch so ziemlich die einzigen, die Zugang zu diesem ganzen Vorkriegszeug hatten. Aber kann man jetzt alles nicht mehr so genau sagen. Deswegen, deswegen lassen wir das mal. Auf jeden Fall, für die Supermutanten, würde ich sagen, diese Holzbretter hier benutzt, glaube ich, sonst niemand im Commonwealth, im ganzen Wasteland. Einfach nur riesige Holzbretter. So, schauen wir mal weiter. Normale Vorschläge... Ah, Haken nehme ich mal ein mit. Der kommt nämlich auch nach Verhaber noch, nicht vergessen. Einen normalen Vorschlagshammer würde ich auf jeden Fall zu den Supermutanten räumen. Ja, man könnte den Supermutanten viel so Zeug geben, aber eigentlich, glaube ich, ist das schon okay. Ah, ich gehe es nochmal durch hier. Naja, das ist schon ein bisschen gemoddet mit Zacken und so, ist schon okay. Nehme ich mal mit. Ich meine, natürlich benutzen Supermutanten, wie gesagt, alles bunt durch die Bank. Die Power-Faust. Für mich gehören die einfach wirklich zur Brotherhood of Steel, zur Bruderschaft, zur Stellern. Na gut, egal. Äh, ist jetzt fürs erste Mal okay. Man kann ja dann nachträglich vielleicht noch was dazu packen. Jetzt kommt hier mal der Verhaber-Haken. Und hier, äh, Quatsch, hier unten bei den Sumo-Supermutanten. Zweimal Bored, einmal Sledgehammer und nochmal Bored. Ähm, ja, hm. Ah, doch, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Nehmen wir doch auch noch, damit man auch sieht, dass die auch Waffen benutzen, so eine Gatling Gun, die irgendwie mit Stacheln und Ketten und Stacheldraht ordentlich gemordet ist. Weil sowas benutzt die Brotherhood nicht, sowas findet man dann eher wie dabei. Den anderen. Die Raider. Ja, bei den Raider könnte man natürlich viel machen. Aber ich würde jetzt mal ein paar Exemplare an verschiedenen Pipe-Waffen raussuchen. So wie eine normale Gun, einen Revolver haben wir vorher schon drüber gehabt. Ein normales Gewehr. Und vielleicht noch irgendwas ein bisschen fancy. Hier so mit Zielfernrohr so ein bisschen auf Snipergewehr gerüstet. Die sieht auch noch ganz cool aus. Und hier noch eine mit Bajonett vorn dran. Genau, einfach ein paar Pipe-Weapons in die Raider-Kiste. Warum nicht? Die sind, glaube ich, schon weit verbreitet bei denen. Okay, die Robots, die Rust-Devil. Da, die haben auch ein paar sehr spezielle Waffen, die die jetzt auch kriegen. Und zwar wäre es zum einen dieser Assaultron-Kopf. Ich würde den auf jeden Fall zuordnen. Genauso wie... Da ist er nicht drin. Bei Melee gibt es noch zwei Sachen. Dieser Assaultron-Blade nämlich, auf jeden Fall. Und die Mr. Handy-Säge. Die Mr. Handy... Ah, ja. Mr. Handy-Säge. Gut. Das sind Sachen, die ganz klar zu diesem Rust-Devils gehören, würde ich sagen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, wo wir diesen Assaultron-Head herhaben. Aber ich würde schon sagen, dass der da ganz gut dazu passt und auch hingehört. So. Vault-Tag. Hm. Vault-Tag ist nicht gerade für seine Waffen bekannt. Außer natürlich, wenn es um Testzwecke und sowas geht. Aber in dem Fall würde ich jetzt ganz klar diese Eiskanone, die man in der eigenen Vault finden kann, in die Vault-Tag-Kiste stoppen. Dann Vorkriegs... Na gut, Privat-Zivilisten, Vorkriegs-Zivilisten. Da muss man keine Waffen ausstellen. Da ist vor allem so viel Grümpel drin. Das ganze Waschpulver und was es alles so gab. Äh, Vorkriegs-Militär ist jetzt ein bisschen schwierig, finde ich. Weil da könnte man... Im Grunde könnte man in dem Vorkriegs-Militärraum eine Großzahl der Waffen, die es so gibt, ausstellen. Das ist ein bisschen schwierig, finde ich. Aber vielleicht einfach ganz normale, ungemoddete... Äh... Vertreter von Paarwaffen. Einfach mal hier ein Lasergewehr zum Beispiel. Ähm... Vielleicht noch eine ungemoddete Gatling. Hier der Einäscherer oder so, ist ja egal. Vielleicht noch eine 10 Millimeter. Ich weiß ja nicht, ob das Militär früher so kleine Pistolen hatte. Aber ich würde... Also diese Revolver und so, die sind wahrscheinlich schon älter. Ich glaube, dass die nicht mehr wirklich vom... Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass die nicht mehr wirklich vom Vorkriegs-Militär benutzt wurden. Pipe-Waffen sowieso nicht. Rifles weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Das könnten auch alles ältere Waffen sein. Und die haben dann doch eher schon Laser benutzt, das Militär. Aber deswegen würde ich jetzt auch bei Nahkampf vielleicht da nix reinmachen. Es ist halt immer schwierig mit so Waffen wie der Ripper und der Powerfist und sowas. Wo das dazu passen könnte. Plasma. Natürlich. Ich würde sagen Plasma-Waffen. Also wenn das Vorkriegs-Militär keine Plasma-Waffen benutzt hat, dann... Weiß ich nicht, woher die kommen. Wer die sonst benutzt hätte. Das ist schon... Hightech, fancy, super Technologie irgendwie. So, nehme ich mal eine relativ normale Plasma-Kanone. Das kommt jetzt mal bei Vorkriegs rein. Vielleicht wird auch Vorkriegs-Militär so ein bisschen mit einer Waffen... Show vermischt. Ich weiß es nicht. Passt ja auch nicht so ganz. Weil sowas wie Pipe-Weapon und andere ganz klare Nachkriegs-Waffen gibt es ja schon auch noch. So, Enklave. Da müsste ich mal... Da müsste ich mal googeln. Ob die Enklave irgendwelche ganz spezifischen Waffen benutzt hat. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Die Enklave sind im Fallout 2 und 3 ein großes Thema. Aber ob die jetzt irgendwie... Ich glaube nicht, dass die sich von der Bewaffnung her großartig unterscheiden. Zum Beispiel jetzt von... Von der Brotherhood oder sowas. Wisst ihr was? Ich habe mein Handy gerade in der Hand. Moment. Ich gebe schnell ein... Enklave... Weapons. Dann schauen wir mal, ob da irgendwas kommt. Enklave Soldier Fallout 3. Ich klicke mal drauf. Keine Ahnung. Mit was? Ah ja. Hier sehen wir so eine Enklave-Pau-Rüstung aus Fallout 3. Was haben die so an Bewaffnung? Mit Plasma-Weapons. Advanced Armour sind Weapons used by the Brotherhood of Steel. Genau. Im Grunde mit den gleichen fortschrittlichen Rüstungen und Bewaffnungen wie die Brotherhood of Steel ist die Enklave auch ausgerüstet. Tesla Armour Minigun, Gatling Laser, Missile Launcher, Worthy Birds. Das ganze Repertoire. Okay. Dann suchen wir doch einfach nochmal ein paar Sachen raus. Warum denn nicht? Gatling Laser kriegen die jetzt nicht, weil das ist meiner. Ich habe sonst keinen. Gatling Laser sind schon selten, aber man kann ja welche herstellen. Das stimmt. Man könnte in der Fabrik einen herstellen extra für hier. Aber mache ich nicht. So. Doch, vielleicht später schon noch, aber mache ich jetzt nicht. So. Noch ein bisschen. Noch ein Plasma-Gewehr kriegen die vielleicht auch noch. Oder eine Plasma-Pistole hier mal, damit wir ein bisschen Unterschied haben. Vielleicht noch Rifle, weiß ich nicht. Vielleicht noch ein Laser-Gewehr. Packen wir jetzt in die Enklave-Kiste. Sieht doch, ich habe schon Power-Rüstungsteile auch einsortiert, weil das hier ist eben ganz klar, die X-01 ist die Enklaven-Super-Rüstung aus dem zweiten Teil, aus Fallout 2, wurde die eingeführt. So. Packen wir ein paar schwere Waffen rein und Laser und Plasma. Cool. Äh, die Bestien brauchen sowieso keine Waffen. Ah, wobei, mir fällt gerade ein, Millie... Genau. Deathclaw-Gauntlet. Die wird noch ein bisschen verbessert, dass noch eine dritte Deathclaw-Klaue dran ist. Ist aber, glaube ich, jetzt die einzige Waffe, die mir einfällt, die aus... Moment, hier haben wir schon eine mit 13. Genau. Die einzige Waffe, die mir jetzt einfällt, die ganz klar aus Bestien... Entschuldigung, aus der Tierwelt des Commonwealth gecraftet wird. Packen wir die weg und dann die Perfect Deathclaw-Gauntlet. Die habe ich selber gecraftet und benannt. Am Anfang habe ich die Sachen noch benannt, die ich mir gecraftet habe. Einfach nur so zum Spaß. Ähm, gar nicht blöd. Eigentlich könnte ich zum Beispiel ganz einfach den, weiß ich nicht, den Missile-Launcher von der Enklave zur Werkbank tragen und dann nenne ich den Entklaven-Missile-Launcher und stelle ihn einfach aus bei der Enklave. Und dann meinen alle, das ist ein typischer Enklaven, dabei ist das ein ganz normaler. Ich glaube, sowas mache ich vielleicht. So, wir müssen jetzt hier die Folge leider beenden. Wir sind schon wieder am Ende. Beim nächsten Mal gehen wir noch die... Ach, hier sind wir durch. Ah ja, machen wir hier die zwei Reihen noch fertig. Ich glaube, da kommt nicht so viel Gunner. Haben ja auch nur so, hm, Vorkriegszeug. Wastelander brauchen nicht wirklich was. Da kommen, glaube ich, keine Waffen rein. Vielleicht ein paar Pipe-Weapons. Ja, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.